Musik Dann würde ich sagen gehen wir in Richtung WOLENTAKA, süß! Hey Wissenschaftler, gibt es Gegner dort? Kann ich jetzt noch nicht sagen. Okay. Müssen wir dann so mal spontan gucken. Kann ich nicht sagen, muss ich besser bezahlt werden. Tut mir leid, wir schießen diesen DLC. Er wird bezahlt? Laden sie ihr Guthaben auf. Ach prepaid. Er glaubt, er wird bezahlt. Ich will's töten! Nein, das ist sogar zu uns. Du kannst ihn nicht töten, du hast nämlich keine Ladung in der Waffe. Miss Wavi? Ja? Schießen sie das Schiff ab! Geht nicht auf null Prozent! Was für Schiffe! Aber ich kann eine Rakete abfeuern! Ach, da oben die Schiffe! Nein! Ich muss schnell den Ingenieur raum, schnell den Ingenieur raum, schnell den Ingenieur raum! Was für Schiffe! Was für Schiffe! Fünf! Vier! Drei! Zwei! Ich hab sie ausgemacht! Raketen gehen nicht mehr! Zwei! Doch, das geht noch, aber langsam! Das geht doch auch noch! Aber sie werden nicht mehr ge-aimt! 22! 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50! Was mir n' Atomraketel? Ja! Frau Wavi, feuern Sie schneller als mich den Planeten anfokussieren kann! Soll ich denn wirklich abschießen? Nein. Nein. Okay. Ich brauche... Ah, ihr Langweiler. Solange sie freundlich sind... Das hat nichts zu sagen. Dann machen wir sie zu Feinden. So. Wir brauchen ja einen Grund, um sie zu looten. Könnte mal bitte jemand meinen Main-Tool schneller aufladen lassen? Warum vertraut ihr mir alle nicht? Also, ich vertraue dir. Siehst du, einer zumindest. Feind? Nein. Feind? Attacke! Nein! Nicht angreifen! Nicht angreifen! Nicht angreifen! Wieso denn? Weil der zu uns gehört. Ah. Dann hast du recht, Attacke! Also, wir gehen dann zu Volentacasis. Kam da eh nicht ran, weil das Schiff nicht... ...äh... ...äh... ...dings war. Gedingster Post. Genau. Ist übrigens eine Kommunikation offen gewesen, ne? Captain. Auch, hab ich nicht gesehen. Oh, das sieht ja cool aus, dieses Lavagestein-Ding hier. Ja. Mhm. Das sieht aus wie so, es hat zwei Augen und ein Nasenloch. Ja. Keine Lebensform. Können aber Roboter da sein. Ah, ne. Kommt, wir ignorieren den Planeten. Es gibt nicht mal eine Mission. Aber looten! Looten aber! Aber looten! Können doch looten! Wir looten! Kommt, Leute! Der Pilot hat gesprochen. Wozu bin ich hier der Kapitän? Der Kapitän dann nicht mal weiß, wo man sich hier teleportiert. Wir waren hier doch schon mal. Wir waren hier doch schon mal. Wir waren hier schon mal. Wir waren hier. Ja! Ne, hier ist nichts. Okay, dann gehen wir. Hier ist nichts. Hat der Käpt'n hart verkackt in seiner Route? Ja, unser Käpt'n ist wieder zurück. Ich bin wieder zurück aufm Schiff. Ich bin auch da. Toll, der Käpt'n ist der einzige, der nicht mit runtergekommen ist, oder was? Hallo? Was ist runter da? Ich hab noch nix gemacht, ich hab noch vorgewärmt. Ja, dein Platz ist jetzt vorgewärmt, Mister. Ja, Käpt'n. Ah, hier ist da was. Ist doch schön, wenn die Toilette, auf der man draußen sitzt, vorgewärmt ist. Wir haben Loot gefunden. Boah, das war knapp, der Loot. Boah. Ja, richtig. Knapper Loot war das Ding gerade. Knapper Loot. Ist das hier lang? Nein, hier lang. Ich darf immer falsch schauen. Wer hat'n das jetzt gestartet? Move next. Move next. Was haben wir denn da gefunden? Ich glaube, wir müssen langsam auch mal hier irgendwie so, ähm... Affen? Hast du im Überraum fallen, bitte? Ähm... Wir müssen irgendwann mal, ähm... Tollt. ...zu nem Shop gehen. Zu nem Shop gehen? Und wo ist der Shop? Warum? Ja, weil wir jetzt ne Gezeug haben und... ...den Cargoast verkaufen können. Und wir 30.000 Credits haben, mit dem wir Affen kaufen können. Okay. Dann... ...steuern wir das Zielland und dann nachher in den Shop. Okay. So machen wir das. Und nicht anders da. So. Peilung, Peilung, Peilung. Und so. Ist schon lange ausgerichtet. Waffen ausrichtet das Schiff? Okay. Und? Boah, die sind ja richtig schlecht ausgerüstet, die Gegner. Zack. Alles ist fast tot. Oha. Egal, guck, die haben kaum Hülle, kaum Schädel. Herr Käpt'n, wenn Sie auf Ihrem Augeninterface Z gedrückt halten, dann sehen Sie was ganz Tolles. Dann fliege ich mal nach oben. Oh. Offensive Attacke. Rote Alarm! So viel steuerst du immer irgendwie durch den Meteorit? Oh mein Gott. Egal, es ist genug Platz. Es ist doch genug Platz. Was habt ihr denn hier? Erinnerungsangst. Ey, das habe ich doch jetzt gut gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher, wem sie weniger vertrauen von uns beiden. Ich glaube, mir vertrauen sie gar nicht. Vergesst auch nicht zwischendurch mal zu sehen. Never forget. So. Läuft doch. Ich weiß nicht, warum ihr so Angst habt. Haben wir jetzt alles wegnotiert, was da lag? Ja. Das ist wahrscheinlich eh nur Rotz. Da ist ein Planeten, oder? Da ist ein Planeten. Oh, da ist ein Planeten. Da ist ein Planeten. Planeten. Oh, das sieht ja geil aus. Von der Farbe her. Brauchen wir nicht. Nicht? Ketten. Doch. Da gibt es Loot-Sachen. Und vielleicht Sachen für die Wissenschaft. Ja. Immer looten. Und er ist der einzige, der rüberläuft. Äh, der Erste. Ich warte da auf den Wissen. Und er findet nicht den Teleporter. Nein, ich habe überlegt, ob ich mir ein Exer-Soot anziehe. Oh, wir sind hinter Wasser. Hier sind acht Menschen und sechs nicht-lebens-, äh, sechs nicht-menschliche Lebensformen. Und er wird uns. Remove all hostile lifeforms. Also, ich würde sagen, wir müssen alle Lebensformen töten. Ja. Ja. Okay, wir müssen. Okay, dann mal los. Ich kenne diesen Planeten. Da kommen Flashbacks. In die Richtung, in die ich jetzt gerade gucke. Da sind fünf Gegner. Wer immer gerade auslaufen. Die ist Flashbacks von Peter. Ich kenne diesen Planeten. Leute, hier ist ein Aufzug, wollte ich nochmal so anmerken. Hm? Was? Da ist Wissenschaft. Hier ist Wissenschaft. Hier ist Wissenschaft. Hier ist auch Wissenschaft. Okay, direkt vor uns, mit meinem Blick, Richtung Zentralgegner, hinter dem Baum. Hä, wo seid ihr alle? Ich folge der Wagen. Wir sind in dem Gebüschen. Oh, du bist hinter mir? Ja. Da. Aua. Das tut mir richtig weh. Ich glaube, ich hab... Wo bist denn du, Roddick? Jetzt bin noch der Pissporte. Ich bin noch der Pissporte. Wir sind auf der... Auf dem Planeten hier. In meine Blickrichtung. Immer gerade aus. Hinter dem Baum, glaube ich, wieder. Da guck. Hier. Ja, genau. Da ist er ja. Ja. Huiiii. Hä? Ja, hier. Hallo. Ich bin noch der Pissporte. Ich bin noch der Pissporte. Jetzt hab ich die anderen verloren. So, durchsucht mal den Planeten nach. Interessanten Sachen. Ihr könnt stolz auf mich sein. Rotleuchtenden Kackhaufen. Rotleuchtende Kacke, genau. Rotleuchtende Kacke. Interessant. Die Spinnen hatten bestimmt Clostridien. Ich hab ne Repaircam plus 2 gefunden. Oh, ich hatte heute im Tierheim 6 Hunde mit Gardien krank. Also so dieses Würmer. Voll anstrengend. Ich hab ne Helv. Hast du die, hast du den Popo gezogen? Uhuhuhu. Nein. Aber ich musste immer alles sauer machen, bevor ich den nächsten sauer mache, damit ich nicht übertrage. Damit du nicht übertragst. Uhuhuhu. Kannst du das eigentlich auf den Menschen übertragen werden? Ja. Hat man mir zumindest gesagt. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Habt ihr Vorbereitung getroffen? Vorbereitung getroffen? Damit's übertragen wird? Damit's nicht übertragen wird. Damit's nicht übertragen wird. Ich hab mir halt nachher immer die Hände gewaschen, und hab diese Sache, mit der ich arbeite, immer sauber gemacht. Kein Schutzkittel. Dachte ich jetzt auch. Kein Schutzkittel. Keine Handschuhe. Keine Handschuhe. Ah Leute, will jemand ne Repair Gun plus 1? Der Ingenieur bestimmt. Da ist ein Ayo. Ich hab nur einen Climber gefunden. Ich auch nur einen. Ich find gar nix. Dann haben wir ja schon mal zwei gefunden. Also ich hab ne Heavy Beam Piste gefunden. Mehr war glaub ich nicht, oder? Mehr war glaub ich nicht, oder? Und ne Repair Gun. Glauben wir als zwei gibt's nicht auf dem Planeten, oder? Nee. Also ich hab nix gefunden. War hier jemand schon in der Station? Gucken? Nein. In der Station war ich nicht. Den geh ich manchmal zurück. Die Station hab ich grad booted. Achtung. Achso, hatte ich's vergessen? Nein. Was mit dem Middle Territory Laser MK3 hier? Wo? Weiß ich nicht. Hier liegt ne Pistole. Eine Face Pistole plus 2. Die hast du aber übersehen. Ich hab nur nen Heavy Beam Laser. Und was ist mit der Nuklearaketen Batterie hier? Die keine Munition brauchen? Ernsthaft? Nein. Nein. Ernsthaft? Du verarschst für mich. Wir verarschen dich. Und es macht Spaß. Wohooo! Nicht nur ich werde verarscht. Hier ist nichts mehr. Oh Leute! Schaut euch mal meine Waffe an! Ey, ohne Dreck, das wär beinahe mein Auge gegangen, ja? Was? Ich darf also nichts ahnen entlang, weil er macht so Bist. Okay, wo ist der Ausgang? Da. Oh oh. Er hat's getan. Was denn? Was denn? Er hat den Blind Jump geunlockt. Oh nein! Ach nöö. Nö, ge Unlo qui. Wacht an, aktiviert. Äh wo ist denn der nächste Shop? Heil-, äh Reparations-Station that's eigentlich auch an Shop, oder? Ja. Da last meiste mal so in Shop. Kurs gesetzt. Ach, da hinten, ok, ok, ok. Oh Mann, die Infektion breitet sich schon ganz schön weit aus. Ich kann so nichts dagegen tun. Ne, wir müssen irgendwann gegen die kämpfen, deswegen müssen wir auch stark werden. Ach so, dachte Virus. Ich bin soweit, ich bin soweit, ich bin soweit. Wenn jemand Stargate kennt, da gibt es ja die Replikatoren und das ist ungefähr genauso. Das sind so Alien-Piecher, die infizieren Schiffe, übernehmen die und schießen dann Kanonen ab mit Alien, die dann unser Schiff infizieren wollen. Und dann haben wir noch mehr Gegner. Und dann ist die Apokalypse. Dann haben wir Gegner an uns kleben, in uns rumrennen. Iiiiiiii. Cool. Und die Gegner, die Schiffe haben keinen Schilde, aber das sind Biomasse und die regenerieren sehr schnell wieder Leben. So, dann müssen sie schneller sterben. Der heilt mich so schön. Ich bin bereit, ich bin bereit. Byeiii. Prä, wir können ja wieder Talente vergeben. Ah. Talentos in Nosferatos. Unser Waffenspeziers kann noch Talente vergeben. Was ist denn das über uns? Mit der Ingenieur. Was ist denn das hier? Oh, geil, was ist das? Puh, das sieht aus wie die Neuro-Baukasse. Keine Ahnung. Ich sehe keinen Wohl. Oh, viel Spaß. Hä? Du darfst jetzt deine fliegerischen Skills zeigen. Die roten Sachen da oben sind alles Minen. Die machen bumm, wenn du da hinfliegst. Kann ich denn nicht die einfach abknallen? Und die blauen Sachen sind alles Loot. Du kannst die abknallen. Und das Glaube ist alles Loot. Puff, hat's gemacht. Warte. Warte. Ich helf dir mal. Okay. Kommt das Tal feuert auf uns? Boah. Geil. Voll hell. So, okay. Wir fliegen jetzt. Seid ihr bereit zum sterben? Lootmen und leveln. Ja, ja. Hm. Ähm. Mr. Katerkopfarten. 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 sie den kleinen Jump Auge. Na gut. Das wird sonst gefährlich. Damit habe ich auch noch nie geschossen. Glaube ich. Wow, wie nutzt nur große Geschütze. Okay, also die Kanone, also okay, Rina ist weg. Dann. Ne, das sind noch mehrere. Nein, blööö. Ist hier nur eine? Ja, hier sagt man keine. Da muss ich nur Abstand halten. Ja, hier ist gerade keine. Da unten ist auch eine. Ja, da unten. Unter uns, aber da können wir nicht hingucken. Loot, da oben ist Loot. Ja, chillt. Ich muss jetzt drehen. Chillt. Äh, wo war noch... Wollte ich abschießen. Dafür schieße ich jetzt dich ab. War nicht über mir noch was? Ja, da oben noch. Noch zwei Stück. Guck, dreh dich mal um. Sie ist die. Miss Piloten mit Dackel, Hand und Taschenkrabbel. Ja, das. Warte, warte, warte. Nimm dies. Aber. Voll erwischt. Ach, dieser Schmerz. Oh mein Gott. Bedeutet eine Mine gleich den Tod? Dann treten wir raus. Achtung. Wir werden es erfahren. Oh mein Gott, ist das knapp. Das ist noch einer. Ja. Wie viel Loot liegt denn noch rum? Oh, meine... Meine Maus spinnt. Ich glaube, es ist nichts mehr an Loot hier. Dann sprung zum nächsten Ziel in die Tier. Ich habe keine Lust zu sterben. Ich habe auch nichts mehr gesehen. Ich habe auch nichts mehr gesehen. Ich habe nichts mehr gesehen. Ich habe nur noch Bomben gesehen, also Minen. Ganz, ganz hinten war doch mal ein Loot. Oh, da unten ist noch eine Mine. Ja, pro Schrott 500 Kredite, ne? Kredite? Ja. Kein Loot. Ne, kein Loot mehr. Also, ich habe es gut gemacht, Leute. Danke. Das hast du gut gemacht. Wir sind nicht gestorben. Ich hätte so richtig Slalom fahren können. So langsam wird es ja auf dem Flur ganz schön eng. In den ganzen Kisten. So. Ah, ich weiß, warum es so laggt. Laggt? Laggt? Es laggt? Ja, laggt. 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 Laggt.